Kommen wir jetzt wieder zurück nach Österreich. Wir warten hier auf die Pressekonferenz der Arbeitsministerin, des Finanzministers und des Bildungsministers. Die sollte jetzt gleich beginnen. Für 18 Uhr ist sie uns angekündigt worden. Und da werden wir Details erfahren. Zum einen, was das Lernen an den Schulen betrifft. Immerhin sollen die ja nicht komplett gesperrt werden, sondern zumindest für Betreuungsmöglichkeiten offen sein, so dass Eltern in Anspruch nehmen wollen. Aber der Appell ist natürlich doch immer der gewesen in der Pressekonferenz der Regierungsvertreter, die wir zuvor gesehen haben, soziale Kontakte so weit wie möglich zu vermeiden und dieses Betreuungsangebot nur insofern in Anspruch zu nehmen, als es gar nicht anders geht. Das ist also ein Teil, den wir da jetzt hören werden, wie das Distance Learning in den nächsten Wochen funktionieren wird. Für zweieinhalb Wochen sind ja die Schulen auf jeden Fall gesperrt, weil der Bundeskanzler auch gesagt hat, mit dem 7. Dezember sollen sie dann wieder öffnen. Jetzt beginnt diese von mir angekündigte Pressekonferenz und wir schalten ins Bundeskanzleramt zu den drei Ministern. Mit dem Finanzminister, der Arbeitsministerin und dem Bildungsminister. Herr Finanzminister, bitte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank fürs Kommen. Sie wissen, dass wir aufgrund der steigenden Infektionszahlen in Österreich neue Maßnahmen setzen mussten, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Wir haben in dieser Corona-Krise immer eine Priorität gehabt und das war das Leben der Österreicherinnen und Österreicher, die Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher, so gut es geht, zu schützen. Darüber hinaus so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten und so viele Unternehmen wie möglich durch diese Krise hindurch zu begleiten. Ich darf Ihnen vielleicht zu Beginn einen Status quo zum Thema Fixkostenzuschuss geben, der ja bereits seit April beantragt werden kann, wo ja noch viele weitere Anträge folgen werden, der ein wesentliches Mittel ist, um die Umsatzentgänge der Unternehmen, soweit es eben auf die Fixkosten bezogen ist, zu kompensieren. Mehrere Länder in Europa haben hier ja ähnliche Modelle gewählt wie Österreich. Allerdings ist Österreich hier um einiges großzügiger. Insgesamt sind beim Fixkostenzuschuss 1 hier bisher knapp 34.000 Anträge in einem Gesamtvolumen von weit über 300 Millionen Euro genehmigt worden. Relativ zur Wirtschaftsleistung ist in Österreich auch deutlich mehr ausbezahlt worden als in vielen anderen Ländern. Im August haben wir gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft an einem Fixkostenzuschuss 2 gearbeitet. Und die Basis für diese Arbeiten war natürlich auch die Genehmigung der Kommission für den Fixkostenzuschuss 1 nach dem Schema der Naturkatastrophen. Sie wissen, es hat eine lange Debatte gegeben. Die Kommission genehmigt uns diesen Fixkostenzuschuss 2, so wie er ausverhandelt worden ist zwischen der Regierung und der Wirtschaft, leider immer noch nicht. Deswegen sind wir jetzt zu einer neuen Strategie übergegangen, beim Fixkostenzuschuss 2 ein Zwei-Säulen-Modell zu wählen. Nämlich einerseits bis 800.000 Euro, das ist das, was beihilfenrechtlich möglich ist, jetzt schnell beantragbar zu machen, so wie er auch ausverhandelt worden ist mit der Wirtschaft. Das heißt, das Ziel ist es, dass der Fixkostenzuschuss 2 bis 800.000 Euro ab Montag, 23.11. beantragt werden kann. Darüber hinaus verhandeln wir weiter mit der Kommission im aktuellen Beihilfenschema, wo es eine Variante geben soll, bis drei Millionen Euro pro Unternehmen diesen Fixkostenzuschuss auch zu beantragen. Allerdings gestalten sich die Verhandlungen mit der Kommission hier nach wie vor schwierig. Wir spüren aber aufgrund der stärkeren Infektionsdynamik in anderen europäischen Ländern hier auch Rückenwind für die österreichische Position, was eine Flexibilisierung der Beihilfenregeln betrifft. Darüber hinaus wissen Sie ja, dass wir mit Beginn dieses Lockdowns eine weitere Maßnahme zur Unterstützung der geschlossenen Betriebe aufgesetzt haben. Wir haben uns hier als Vorbild das deutsche Modell genommen, nämlich den Umsatz bis zu einem gewissen Prozentsatz zu ersetzen. Anders als in Deutschland ist aber bei uns dieser Umsatzersatz bereits beantragbar und in vielen Fällen bereits auch ausbezahlt. Sie wissen aus den Medien sicherlich, dass in Deutschland hier noch immer keine Beantragung möglich ist und dass es deswegen so ein Zwischenmodell gibt, Abschlagszahlungen von 5.000 Euro bis eben dieser Umsatzersatz beantragbar ist. Wir sind hier in Österreich wesentlich schneller und da darf ich mich auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Finanzverwaltung, die hier wirklich Großes geleistet haben, um das schnell und unbürokratisch beantragbar zu machen, auch bedanken. Der aktuelle Stand ist, dass bis heute 30.000 Anträge in einem Gesamtvolumen von 900 Millionen Euro eingereicht worden sind und davon können bereits über 800 Millionen Euro in den nächsten Tagen ausbezahlt werden. Erwartungsgemäß waren die meisten Anträge von Gastronomiebetrieben, nämlich in einem Volumen von 375 Millionen Euro, gefolgt von Hotels in einem Volumen von 221 Millionen Euro. Die meisten Anträge kamen aus Wien und gefolgt von der Steiermark. Wir müssen aufgrund der dramatischen Zahlen in den Spitälern, wie Sie es auch in der letzten Pressekonferenz gehört haben, weitere Schließmaßnahmen vornehmen. Diese weiteren Branchen, die geschlossen werden müssen, um die Gesundheit der Österreicher und Österreichern auch weiterhin sicherzustellen, werden natürlich nach dem genau selben Schema auch analog dazu kompensiert. Das heißt, bisher sind ja Dienstleistungsbetriebe geschlossen worden, die 80 Prozent des Umsatzes erhalten. Jetzt werden weitere Dienstleistungsbetriebe geschlossen, nämlich die körpernahen Dienstleistungen. Auch hier werden diese Betriebe 80 Prozent ihres Umsatzes im Schließzeitraum kompensiert bekommen. Aufgrund der unterschiedlichen Branchenkennzahlen zwischen Dienstleistungen und Handel empfiehlt der Verfassungsdienst der Republik, hier auch unterschiedliche Kompensationsweisen vorzunehmen. Bei Dienstleistungen, hier kann ja nicht nachgeholt werden der Konsum, beim Handel kann das Produkt zu einem späteren Zeitpunkt beispielsweise wiederverkauft werden. Darüber hinaus gibt es innerhalb des Handels auch große Unterschiede, was zum Beispiel Umsatzrentabilitäten betrifft. Und deswegen empfiehlt der Verfassungsdienst hier auch eine Differenzierung vorzunehmen, damit das auch verfassungskonform ist. Deswegen haben wir uns gemeinsam darauf geeinigt, dass innerhalb des Handels eine Differenzierung vorgenommen wird, dass der Umsatz zwischen 20 und 60 Prozent kompensiert wird. Kriterium ist dabei unter anderem der Wertverlust, die Umsatzrentabilität und mögliche Aufholeffekte. Das heißt, die verschiedensten Subbranchen beim Einzelhandel werden in den nächsten Tagen diesen drei Kategorien 20, 40 und 60 Prozent zugeordnet anhand dieser drei Kennzahlen. Und so wird das System aufgebaut. Beantragbar soll dieser Umsatzersatz wieder über FinanzOnline sein, wie auch das bisherige System. Ziel ist, dass die Beantragung bereits mit Montag, 23.11. wieder erfolgen kann. Bis dahin müssen wir natürlich die Maske von FinanzOnline herunternehmen, also offline stellen, weil ja die Systeme adaptiert werden. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt sind keine neuen Anträge möglich. Aber die Auszahlung der bisher eingelangten und genehmigten Anträge wird natürlich weiter erfolgen. Vielen Dank.